Heute geht es um die Abzeichenherstellung für Fortgeschrittene und dafür habe ich diese Liste. Immer wenn du ein Abzeichen herstellst, dann passiert etwas im Hintergrund. Der Bonus, der ist nicht zufällig, sondern es verläuft immer ein bestimmtes Muster im Hintergrund und das kann man hier anhand dieser Liste ganz gut erkennen. Und zwar hast du einmal die Slots, also gerade und ungerade Zahlen, die du bestimmen kannst bei der Abzeichenherstellung und du kannst den Bonus bestimmen. Es gibt ja den No-Bonus, also Abzeichen, die gar keinen Bonus haben. Dann gibt es den Hero-Bonus, wenn du Jesus im Team hast zum Beispiel, dann gibt es SPS und HWA, das sind die, wenn du einen Sturmangreifer im Team hast oder so. So, und dann gibt es hier noch die besonderen, wenn der Held Ausweichen hat, wenn der Held Vergeltung hat, wenn der Held Eisenhaut hat und so weiter. Das seht ihr hier, was das alles bedeutet. Bei Bonus seht ihr hier SVD, LMS, DRB, IPR. Da kannst du zum Beispiel sehen, auf A011 hat das nächste Abzeichen, was du herstellst, Ausweichen, Vergeltung oder Kugel ausweichen. Somit eine 66%ige Chance, ein gutes Schlägerabzeichen zu bekommen mit Ausweichen und Vergeltung. Und der Slot ist even. Das bedeutet, ein A011 hergestelltes Abzeichen hat den Slot 2, 4 oder 6. So, dann schauen wir hier mal weiter. Was haben wir hier oben rechts? Da haben wir die Maximalwerte der Abzeichen mit Bonus. Wenn du jetzt ein Schadensabzeichen mit 18% hast, dann ist das perfekt. Genauso wie kritischer Schaden, Schadensreduzierung. Das ist einfach nur so eine Hilfestellung. So. Wie funktioniert? Wie arbeitet man jetzt in dieser Liste? Wie funktioniert das? Wir haben einmal Step, wir haben Type, Fail und wir haben Jump. Für die einfache Liste gibt es nur diesen Abschnitt hier, also nur A01 bis A33. Da arbeitet man nur mit Step-Rezepten. Step-Rezepte sehen wir hier unten. Zum Beispiel 4 mal A, 4 mal B, 4 mal C, 4 mal D. Das bedeutet, du stellst ein Abzeichen her, indem du ein 1 Sterne Abzeichenfragment nimmst und 4 mal Metall oder 4 mal Edibles oder 4 mal Chemicals oder 4 mal Stoff. Damit kannst du dich durch Step hier durchbewegen. Du kannst jetzt sagen, ich hätte jetzt gern hier auf A011 so ein schönes Schlägerabzeichen. Dann wanderst du dahin. Ja, wie wandert man dahin? Erstmal musst du herausfinden, wo du bist. Und dafür musst du auch mit Step-Rezepten arbeiten. Du stellst dir 5 Step-Rezepte her, schreibst dir alles auf, wenn du jetzt Abzeichen herstellst und findest dadurch das Schema heraus, wo du gerade bist. Wenn es nicht geklappt hat, wenn du 5 Abzeichen hergestellt hast und du findest dich einfach nicht wieder hier in dieser A-Liste, dann wiederholst du das nochmal. Weil es kann sein, dass du dich irgendwo hier befindest, weil du halt unwissend Abzeichen hergestellt hast und früher oder später wanderst du wieder auf die Liste hier zurück. Das kann sein, dass du jetzt irgendwo hier drin bist. Das heißt, du musst jetzt erstmal einige Step-Rezepte machen, bis du das Schema gefunden hast. So. Hast du jetzt deine Position gefunden und du willst ein Schlägerabzeichen herstellen, wanderst du auf A11 und an diesem Punkt angekommen, gehst du dann auf deine 5 Sterne Abzeichen, machst dir das Rezept für Schadensreduzierung und stellst es her. So. Das ist die einfache Methode. Die noch fortgeschrittenere Methode ist jetzt hier wirklich aus der einfachen Liste rauszuspringen und hier bestimmte Felder noch zu erreichen. Ja, zum Beispiel hier ein LMS Even, wenn ich das jetzt herstellen möchte. LMS haben wir hier nur Odd und Odd. Das bedeutet Lucky, Marksman oder sicherer Schuss. Wenn du jetzt ein LMS Abzeichen mit Even herstellen möchtest, also mit geraden Zahlen, dann musst du leider hier hinspringen oder halt mit Re-Roll-Marken umrollen, aber das ist eine andere Geschichte. So. Wie kommt man hier jetzt hin? Wir haben hier C18, C19, C20. Dann kannst du hier gucken, hier C22. Ah, da bist du schon drüber. Da bist du ja schon dann vorbei. C18, C19. Guck. Bei A18 müsstest du dann ein Type-Fail-Rezept benutzen, um hier hin zu springen. Ein sogenannter Type-Fail, der ist jetzt hier nicht... Ach doch, Type-Rezepte. Das sind die ganz normalen Rezepte für die Abzeichenherstellung. Hier ist jetzt aber entscheidend, dass du ein Stern-Abzeichen nimmst und zum Beispiel Schaden... Also hier jetzt bei A18, wenn du da bist, dann nimmst du ein... Was weiß ich? Schadensrezept mit ein Stern-Abzeichen und Type-Fail. Da steht ja immer bei ein Stern-Abzeichen 20-prozentige Chance, dass es ein Schadensabzeichen wird. Und das willst du in dem Fall nämlich nicht haben. Du möchtest, dass es fehlt. Du möchtest kein Schadensabzeichen haben, wenn du das Schadensrezept benutzt. Wenn das geglückt ist, dann springst du nämlich hier hin. So, und hier nun angekommen, verwendest du einfach ein weiteres Step-Rezept, um auf C20 zu kommen. So, ganz einfach. Und dann gibt es noch sogenannte Jump-Rezepte. Da seht ihr ja hier auch, wo man da hinspringen kann. Nehmen wir mal, ja, hier aus Spaß A12. Wenn du ein Jump-Rezept benutzt, dann springst du hier auf C13 und kannst dir dann ein IPR-Even herstellen. Zum Beispiel. So, und hier siehst du dann auch, wenn du per Step-Rezept weitermachst, springst du wieder zurück. Zurück auf die Liste. Genau, und Jump-Rezepte sind ja auch hier unten aufgelistet. Dafür verwendet man dann zum Beispiel A, 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 C. Also, Metall, 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 Chemicals. Und bei den Jump-Rezepten ist es auch leider nicht hundertprozentig gesagt, dass es glückt. Also, da, ich glaube, irgendwas gab es irgendwie, wenn du von No-Bonus, von einem No-Bonus auf einen No-Bonus springst, dann, äh, ich weiß es jetzt nicht mehr, ich blende es einfach nochmal ein, äh, da gibt es irgendwie eine höhere Prozent-Chance, ähm, dass dieser Jump eben halt glückt. So, jetzt haben wir Jump, Type-Fail, Step. Genau. Und so kann man sich dann durch die Liste bewegen. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Mehr gibt es da eigentlich gar nichts zu sagen. Ne, das sind ganz normale Step-Rezepte, immer nach unten wandern. Type-Fail ist ein, äh, Abzeichen, was nicht glückt. Ne, da hast du jetzt vielleicht, wenn du vorher noch nie mit Listen gearbeitet hast, bist du ziemlich viel hin und her gesprungen, weil du einfach Einser-Abzeichen auf Damage gemacht hast und durchgepowert hast und jedes Mal, wenn du Damage hergestellt hast, bist du irgendwo aus der Liste rausgesprungen. Ne. So. Ja, ich denke, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Und wenn ich was vergessen haben sollte, ähm, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja. Viel Glück beim Herstellen.